Hallo liebe Freunde des Kanals Demotapes Berlin und liebe Querdenker und auch alle anderen, die sich Gedanken machen um die Zukunft und das Land. Ich will es sehr kurz fassen und ich denke, die Expresszeitung und Gerhard Wisniewski haben es sehr schön und prägnant auf das Wesentliche surrogiert, nämlich dass das, was wir hier beobachten, eine einmalige Situation ist in der Menschheitsgeschichte. Nachdem wir ja jetzt schon festgestellt haben, dass in der Europäischen Union hier die Banken regieren und über die Euro-Gruppe ein rechtliches Nullum ihr Initiativrecht exklusiv haben, was Gesetze angeht, das bedeutet in der ganzen Europäischen Union dürfen ja nur die Kommissare Gesetzesvorschläge machen und diese Gesetzesvorschläge, die kommen zum Beispiel einem Günter Oettinger nicht im Schlaf, sondern die werden vorbereitet von Referenten, die in bestimmten Großkanzleien sind und die bereiten dann unsere Gesetze in Europa vor und schlagen das denen dann vor. Und Kanzleien rühmen sich natürlich, dass sie Zugang haben zur Kommission und ihr braucht ja nicht glauben, dass ein Kleingartenverein der Kanzlei Freshfields zum Beispiel den Auftrag gibt, irgendwelche Vorschläge für bestimmte Gesetze in Europa zu machen, sondern das ist hier der Finanzsektor und das sind die Privatbankiers. Und nun müssen wir angesichts der Krise, unserer Zombieseuche, schauen, wie konnte es dazu kommen. Wir haben ja schon festgestellt, dass die CO2-Agenda ursprünglich von der Weltbank kam aus den 70er Jahren und dann über den Club of Rome und viele andere in alle Ritzen unserer Gesellschaft und Wissenschaft drang. Und wir müssen uns natürlich fragen, wer hat das erfunden? Wieso hat die Weltbank dieses CO2 mit dem selbstgemachten Klimawandel initiiert? Und jetzt müssen wir uns fragen, wie kann es sein, dass eine internationale Agenda von den Vereinten Nationen, IWF, Weltbank und der Weltgesundheitsorganisation einfach so übernommen wird? Warum 200 Nationen auf dieser Welt alle nahtlos mitmachen und nur zwei Nationen ausgeschert sind? Und das ist fast schon die Vollendung einer perfekten Weltherrschaft. 99 Prozent Durchdringungsquote, selbst die Staaten, die nicht bei den Vereinten Nationen mitmachen. Die Antwort hierauf ist spieltheoretisch sehr einfach. Jede Regierung, die utilitaristisch denkt oder zweckpragmatisch, übernimmt diese Agenda, weil sie ihr selber nutzt. Das ist doch ganz klar. Jede Regierung ist danach gestärkt. Je mehr Angst und Unsicherheiten der Gesellschaft ist, desto einfacher ist es für eine Regierung durchzuregieren und auch der innere und äußere Widerstand gegen Regierungsmaßnahmen sinkt. Das heißt, keine Regierung hat eigentlich ein Interesse daran, das abzulehnen. Wir haben jetzt festgestellt, dass IWF und Weltbank direkt Regierung Geld angeboten haben, zum Beispiel dem von Weißrutschland, 950 Millionen, damit er es macht und er hat es nicht gemacht. Das ist sehr interessant, denn was machen wir denn? Natürlich hat das Parlament den Vorbehalt über das Budget, aber wenn die Regierung Geld direkt von Banken kriegen oder internationalen Organisationen, dann ist die Regierung ja gar nicht Rechenschaft schuldig dem Parlament, sondern kann eigentlich machen damit, was sie will und was derjenige, der ihnen das Geld gegeben hat, von den Regierungen möchte. Das ist doch mal sehr interessant, nicht wahr? Und ich denke, das ist ein evolutorischer Prozess, ein zivilisatorischer Prozess. Alle, die glauben, es gibt eine schnelle Lösung, kann ich sagen, die gibt es nicht. Die ganze Welt muss darüber nachdenken, wie es sein kann, letzten Endes, ob wir das wollen, ob das richtig ist und vor allem, wer diese Leute sind, die über diese merkwürdigen internationalen Organisationen, Vereinte Nationen, IWF, Weltbank und Weltgesundheitsorganisationen, Politik hier bestimmen und direkt Geld und Budgets an Regierungen abliefern oder eben die EU 750 Milliarden Euro Kredit aufnimmt von den Banken und dann einfach nur unter dem großen Stichwort Corona-Topf hier Politik macht. Und es wird keine schnelle Lösung geben. Es wird ein längerer Prozess und da müssen wir jetzt durch. Wir müssen friedlich und ruhig bleiben. Und wir müssen schauen, letzten Endes, dass wir einfach die Leute dazu bringen, dass sie einfach mal ein bisschen die Dinge hinterfragen, auch mal grundsätzlicher. Ist es richtig, dass zum Beispiel nur die europäischen Kommissare Gesetzesinitiativrecht haben oder dass nur faktisch im Endeffekt der Finanzsektor den Kommissaren die Vorschläge auf ihren Tisch liefert oder schickt? Und jetzt müssen wir uns fragen, ist es richtig, dass die Vereinten Nationen einfach so wichtigste, allerwichtigste politische Agenten setzen dürfen und alle befolgen das? Und man muss sich fragen, wer steht dahinter? Was wollen die? Und warum ist niemand niemanden Rechenschaft schuldig? Ich bin sicher, dass von den 200 Ländern, die da mitmachen, wahrscheinlich jedes irgendwie Geld bekommen hat von IWF und Weltbank. Aber wo ist dort die Rechenschaft? Wo sind die Rechenschaftsberichte? Wo ist die Legitimation? Und ist wirklich unser aller Interesse im Fokus? Und ja, jetzt wollte ich es kurz fassen. Jetzt ist es doch ein bisschen länger geworden. Tut mir leid. Aber schaut mal die Expresszeitung und ich wünsche euch besinnliche Tage und lasst euch nicht ärgern. Und wenn ihr schon die Systemfrage stellt, denn nur darum kann es gehen, dann ist die richtige Systemfrage, wie konnte es sein, dass alle Nationen auf dieser Erde, 99 Prozent, also 200, dem ganzen Quatsch zugestimmt haben und das nahtlos durchgeht. Und wer hat sich diesen Spaß überhaupt ausgedacht? Wem nutzt es? Und wohin führt uns das Ganze? Wenn man andere Fragen stellt und nur emotional aufwiegelt und sich an irgendwelchen Maßnahmen aufhängt, das ist nicht zielführend. Man muss immer systemtheoretisch, man muss die richtige Systemfrage stellen. Und der Widerstand besteht darin, Fragen zu stellen, und zwar die richtigen Fragen. Und mehr kann ich euch jetzt erstmal nicht mitgeben. Es gibt sicher noch viele Dinge zu besprechen, aber hier zwischen den Tagen und zwischen den Jahren alles Gute euch und vielen Dank an Demotapes Berlin, die Expresszeitung und Gerhard Wisniewski. Dankeschön.